Wenn wir's draus machen können, dass wir's hier machen können Ja Zack, 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 sooo Ich hab's auch leer gefunden Ja, bietet die Hülle? Oh, Kohle Wo bist denn du? Ich wär jetzt ein Stück weiter gelaufen Achso, achso, da Ja, wo ich zu faul war, mich hochzudicken Elendendorven gibt's ja immer, ne? Das sind ja was So zu selbst machen, dafür gibt's Leute, die weniger verdienen Arsch Naja, also haben wir uns schon die Wessi-Mentalität angenommen Interessant Hehehe So, in welche Richtung bist du jetzt gerade? Ich bin aufm Berg rauf und dann runter in eine riesige Kohle-Mine Ok, wo auch immer das ist Einfach da, wo du hochgedickt bist, hab ich mich noch ein Stück weiter hoch aufm Berg Achso Dann hängt der gleich wieder runter Ahja, jetzt zieh ich den am Schiff Nee, scheiße, da kommen wir nicht hoch Nein, ich will mich nicht decken Zack Ach du Scheiße Nee, das ist ja ein bisschen Full Kohle Aber lieber so als ne Ja, es ist eine sehr kohlereiche Gegend Ich finde anfangen echt eigentlich nicht schlecht No War das nicht in der allerersten Welt, wo wir waren, wo es fast gar nichts gab? Dann wollten wir das doch auch machen Nein Ich weiß auch ungefähr in welche Richtung wir nachher wieder nach Hause müssen, ne? Nö Nein, nicht wirklich Aber die Koordinaten waren... Ja, ich habe da gestern aus Versehen einen Screenshot gemacht Also Muss ich nur in den Ordner reingucken Oh Soldergeiz Ach doch, ich weiß es jetzt weiß ich glaube ich wieder wo es lang geht Oh Und Au So So Das glaube ich noch nö Ey, wie geil ist das eigentlich hier mit dem Fluss, der sich hier so lang führt So, da ist die Höhle gewesen, wo wir eben reingekraxelt sind Oh 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 Ich kann mich ja wann wir mal auf ein neues Biom stoßen. Oh, hier sind ganz viele Mühe. Müssen wir eigentlich schon wieder. Wir müssen hier den Plus abwärts halten. Achterhin. Da wo die ganzen Kühe waren, aha. Gut. Da können wir nämlich demnächst fast eine Bibliothek bauen. Oh, ist schon wieder eine kleine Höhle? Aber die ist auch nicht groß. Demnächst eine Bibliothek bauen. Ja. Oder zumindest so eine Übergangs- Oh, was ist hier? Eine Höhle? Die wird erforscht, oh mein Gott. Weiße. Übergangsweise mal zumindest so verzaubern können halt. Ja. Ich bin jetzt Level 33. Ja, ich bin auch schon wieder 28. Okay, hier wächst. Okay, das ist eine krasse Höhle schon wieder. Na gut. Da hinten ist wieder eins von diesen neuen Biomen. Diese Eisbiomen. Schön. So viele neue Biome. Und wir kriegen laufend dieses verkackte Eisbiomen. Oh, das braucht doch kein Mensch. Ja, ich hätte auch lieber immer, äh... Gibt ja noch irgendwie so ein anderes Eichenholz, hab ich gesehen. Ja. Sieht doch richtig gut aus. Ja, was ist denn da mal? Oh Gott! Oh, pff. Schade. Die Höhle hat mehr versprochen am Anfang. So cool. Wo warst du? So, in welche Richtung hin bis jetzt? Hinten? Ich sehe dich gerade laufend. Muss nach links gucken. Ah, hier. Hast du schon einmal durchgeguckt? Hm, ja. So weit weg. Warum nicht denn hier noch Kohle? Hm. Weil ich dir fände ich Fuchs ja auch mal eine Freude machen wollte. Ah, dankeschön. Ich finde das irgendwie besser so diese ganzen, also die generellen Biome irgendwie mit dem World Editor. Wieso diese Kombination oder was? Naja. Dann ist nochmal Kohle. So, wo wollen wir jetzt zurück erstmal? Wie viel Eisen hast du? Immer noch 42. Ok. Vielleicht nimm mal die Kohle hier noch. Wird zu besser. Ja. Wir arbeiten doch auch da die ganze Zeit mit Fichtenholz, oder? Ja. Sind wir denn da in der Eisregion überhaupt? Nö. Ach so, siehste. Hä? Ja, wieso wächst das da noch? Ja, das waren die Bäume, die da vorne einfach anstanden. Die habe ich immer gefällt. Und dann die Saplings immer wieder genommen. Und so. Hm. Aber doch, der Berg ist der nicht... Ne, der ist nicht Eis. So. I have no plan in which Richtung I must have to laufen. So, doch. Ja. Minus 1000, minus 1000 ist ungefähr. Ich schaff das auch ohne Koordinaten. Hä? Ach. Ich bin mutig, ich schaff das auch ohne Koordinaten. Wenn dich dann irgendwo bei minus 5000 komplett verwahrlost. Ja. Ja. Nur, dass ich gerade... ...laufe. Wird schon stimmen. Hm. Sagte er und wusste nicht, wo er ist. Ja, natürlich weiß ich, wo ich bin. Ich bin ja hier noch irgendwo. Das ist auch mal das Beste so. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Ah, hier ist ja noch was. Oh, scheiße. Komm ich jetzt eigentlich wieder nach Hause. Hm, ja, der Klassiker. Ach, für Diamanten müssen wir wirklich dann nochmal... ...ne richtige Tour machen. Was müssen wir machen? Ne richtige Tour für Diamanten. Ja, dann müssen wir Strip Mining halt machen, ne? Genau. Das ist halt am effizientesten. Okay, jetzt bin ich gerade in der Region und da habe ich gerade so gar keine Orientierung, aber... Wie gesagt, ich schaffe das ohne Koordinaten. Ich bin mir da relativ sicher. Wasserfall... Ne, scheiße, die Gegend kenne ich gar nicht. Verdammt. Oh, ein Grafik-Bug. Oh, hier ist noch eine neue Hülle. Wo ein Schwein rauskommt. Ne. Scheiße. 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 Oh, hab ich ein Glück. Genau ein Holz dabei, damit ich mir jetzt... ...ne Workbench basteln kann. Oh, которое ist halt ab. Oh, das ist halt so... Oh, das ist irgendwie... ... das ist halt so... Oh, ich bin... ...und... Oh, yeah, das ist... Oh, 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 nein, das ist dann... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, okay... Oh, ich bin... Ich bin ganz ehrlich, ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wo ich bin. Sehr gut. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Oh, ich habe mich direkt in die nächste Grube hier verlaufen. Genau, jetzt greife ich die Boboft schon mit Zaplings an. Sehr effektiv. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Wie gesagt, ich muss eben auch irgendwo einmal eine falsche Abbiegung genommen haben. Ja genau, eine Treppe hoch gegen den Bogenbob. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Vielen Dank.